Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. Hallo Leute, eure Claudie. Und zwar, ich spreche meine Brille. Die Brille hat mir geschrieben, Sylviane Lardot aus Frankreich. Und sie hat mir einen Link geschickt, El Pant de la Natur, ein Mann, der die Natur besingt. Ich habe noch nicht reingeguckt, aber das machen wir jetzt gemeinsam. Und wir hören jetzt mal kurz rein. Ich bin schon sehr gespannt. Und los! Ich bin schon sehr gespannt. 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 Ähm, sowas habe ich noch nie gehört. Ähm, wenn man die Augen zumacht, dann denkt man wirklich, man ist irgendwo draußen, man wird mitgenommen. Ähm, ich bin echt eine Heulsauce. Aber es war so wunderschön, diese Geräusche, die er gemacht hat. Äh, das war wie auf einer Blumenwiese, die ganzen Insekten, die Vögel. Dann so eine Art, äh, wie ein Schamane, würde ich mal sagen. Diese Laute, wunderschön, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Silviane, Dankeschön für das Lied. Und, ähm, ja, das war's von mir heute. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Und falls ja, dann wisst ihr ja Bescheid. Subscribe, thumbs up und bis zum nächsten Mal. Eure Claudi. Bye, bye.